Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man solche Fliesensockel mit Acryl versiegeln und natürlich auch mit Silikon verfügen kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich schon gezeigt, wie man die Fugen zwischen den Fliesen mit Fugenmörtel richtig füllen kann. Dasselbe funktioniert übrigens genauso wie bei Boden- und Wandfliesen auch. Und jetzt geht es einfach noch darum, dass wir natürlich auch hier oben mal den Übergang zu unserer Wand und vor allem auch den Übergang zwischen diesen zwei Fliesen noch sauber verfügen. Bei der unteren Fuge kommt ganz normales Silikon zum Einsatz, da es sich hier um eine Dehnungsfuge handelt. Und in meinem Fall habe ich den Farbton etwas den Fliesen angepasst, weswegen ich auch mal graues Silikon auf meine saubere Fuge auftrage. Hierfür verwendet man eine Silikonspritze und ich habe das Ganze vorne mal mit einem Cuttermesser etwas leicht schräg abgeschnitten. Denn dadurch bekomme ich jetzt auch schon ein deutlich saubereres Ergebnis hin. Bei einer Innenecke haben wir ebenfalls kein Fugenmörtel eingebracht, deswegen ich auch hier mal Silikon ziehe. Und auch bei einer Außenecke gebe ich gerne etwas Silikon drüber, da ich so auch noch kleine Abplatzungen leicht entfernen kann. Nun die Silikonfugen am besten mit einem Wasserspülmittelgemisch leicht einsprühen. Und als nächstes einen passenden Fugenkletter am besten auch nochmal in das Gemisch hineingeben und wir können unsere Silikonfuge auch schon ganz einfach sauber abziehen. Wenn es mit dem Fugenkletter passt, gebe ich gerne mal noch meinen Finger auch in das Gemisch hinein und kann jetzt solche Innenecken nämlich auch etwas schöner herrichten. Oder natürlich auch solche Außenecken, die ich jetzt mit dem Fugenkletter einfach nicht wirklich sauber hinbekomme. Wichtig, hier muss man natürlich aufpassen, dass man sich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie an den scharfen Ecken schneidet. Das Silikon passt soweit und für den Übergang zu unserer Wand sollten wir aber auf jeden Fall Acryl verwenden, da wir das Ganze nachträglich auch noch überstreichen können. Ich persönlich verwende hierfür am liebsten ein hochwertiges Acryl, welches laut Hersteller nicht vergilbt. Und deswegen können wir jetzt auch erst einmal mit so einem Goldband bzw. Kreppband hier hinten das Ganze so abkleben, dass am Ende nur noch unsere Fugen hier hinten zu sehen sind. Da unsere Fuge zur Wand sehr klein ist, schneide ich auch wirklich nur ganz wenig von meiner Spitze hier vorne schräg ab. Beim Verfugen unbedingt darauf achten, dass wir nicht zu viel Acryl verwenden, denn wenn wir später unser Goldband runterziehen, dann hätten wir einfach das Problem, dass wir sonst auch so eine kleine Stufe haben. Was wir natürlich auf gar keinen Fall erreichen möchten. Da unsere Wand meist eh nicht zu 100% gerade ist, ist so ein Fugenkletter hier normalerweise nicht das richtige Werkzeug. Weswegen ich jetzt auch einfach mal wieder meinen Finger zur Hand nehme, etwas in das Gemisch hineingebe und dann doch relativ straff abziehe. Wenn bei dir also alles passt, das Kreppband mal vorsichtig abziehen und natürlich nicht mehr in das Acryl hineinlangen. Und somit haben wir so einen Fliesensockel auch schon richtig versiegelt und wenn dir jetzt übrigens diese Fliesenkante hier oben optisch nicht gefällt, dann habe ich auch schon ein extra Video gemacht, wie man solche Fliesen richtig streichen kann. Wenn du dir für zu Hause jetzt hochwertiges Silikon, Acryl oder natürlich auch solche Fugenkletter hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.